Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Weibsbilder von Bitches und Queens. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Vero. Hallo, Weibsbilder. Mir grinst gerade wieder die Stefanie über das Videotelefon entgegen. Ja, vice versa, grinst mir die Vero entgegen. Wieder nicht live vor Ort, aber wir spüren uns trotzdem. Ja, ja, wir spüren uns trotzdem. Und wir haben uns ja auch vor kurzem live gesehen. Das stimmt, ja. Liebe Stefanie ist aus ihrer Wohnung ausgezogen und hat eine sehr, sehr coole Kleidertauschparty veranstaltet. Ja. Wo ich mir auch gleich einen Pullover gekrallt habe, den sie in ihrer Schulzeit angehabt hat oder so. Das stimmt, ja. Das ist super, also man gibt kein Geld aus und man bekommt neue Klamotten. Genau, man kann dabei viel Prosecco trinken und Pizza essen und tratschen. Genau, genau so ist es. Und wir starten unsere Folge gleich mit einem Tipp. Genau. Unsere ZuhörerInnen. Auch mal was Neues. Und wir starten auch mit Neuigkeiten, unseren Podcast betreffend. Das stimmt. Ihr habt es teils eh schon mitbekommen. Vor allem, wenn ihr treue ZuhörerInnen seid. Unser Herz geht raus an euch übrigens. Wir haben euch lieb. Und ja, wir haben ja nicht mehr ganz so regelmäßig gepostet in letzter Zeit, aus unterschiedlichsten Gründen, mit denen wir euch nicht langweilen müssen. Aber es geht sich einfach für uns besser aus. Wir wollen nämlich die gleiche Mühe und die gleiche Energie in jede Folge weiterhin reinstecken. Wir wollen euch einen guten Content liefern. Und das wird sich wöchentlich einfach nicht mehr so gut für uns ausgehen. Dadurch haben wir uns jetzt einfach entschieden, so wie es jetzt auch in letzter Zeit war, zweiwöchentlich zu posten. Genau. Und das auch an einem anderen Tag. Genau. Ab jetzt ist Mittwoch der neue Vibesbildertag. Life is change and change is life. Genau. Jeden zweiten Mittwoch gibt es ab jetzt eine neue Folge Vibesbilder. Ja, und für alle, die uns jetzt gerade zum ersten Mal hören. Ja, dann müssen wir es auch mal erklären. Richtig, denen können wir jetzt auch mal sagen, wer wir denn überhaupt sind. Ja, genau. Wir sind die wunderbare, elegante, charmante und bezaubernde Vero. Danke. Voller Grandessa. Und ich, die nicht minder elegante Stefanie. Genau. Na, du bist die, mach mal so, du bist die Elegante von uns beiden. Ich bin so. Die Verwegene. Na, servus. Die Elegante und die Verwegene. Okay, gut. Und wir stellen euch ab jetzt zwei wöchentlich immer eine Frauenbiografie aus der Geschichte vor. Frauen mit Sternchen. Egal welche Epoche, egal welcher Kontinent. Und das Besondere ist, die eine weiß nicht, welche Weibsperson die andere vorstellen wird. Und im Anschluss unterhalten wir uns dann immer über ein Thema, meistens feministisch angeleuchtet und labern einfach mal so frei von der Seele. Ich muss noch kurz einhaken und der Stefanie natürlich zurückgeben, dass sie ein wunderschönes Lächeln hat und eine Wahnsinnsstimme und dass ich mich total freue, mit dir zu arbeiten, weil sie ein wunkelnder Stern unter den Newcomer-Podcasterinnen ist. Das ist schön. Das geht runter wie Honig. So, das war es jetzt auch wieder mit der Beweihräucherung. Das war es mit der Beweihräucherung. Und jetzt bin ich total gespannt, weil heute habe ich keine Ahnung, um welches Weibsbild es geht. Ich weiß, um welches Thema es danach gehen wird, aber keine Ahnung, welche Frauenbiografie mir jetzt vorgestellt wird, weil die Vero hat die Recherche ganz alleine gemeistert. Ja, gemeistert, das wird sich gleich herausstellen, aber dann würde ich sagen, fangen wir an. Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Evers-Tochter. Bevor ich mit der Biografie beginne, habe ich nämlich noch eine Frage an dich. Was löst dieses Geräusch bei dir aus? Eine Gelse. Stephanie schüttelt sich schon. Du siehst so aus wie eines dieser Kinder, die eine Zeit lang das Internet beherrscht haben, wo man den Babys Zitrone zum Essen gegeben hat und dann so das Gesicht verziehen. Ja, ja, ich habe die Gelse auch ganz laut auf den Kopfhörern jetzt gehabt, das gleich so ein Aufwachen in der Nacht und um sich schlagen und dieses blutsaugende Monster. Kein allzu angenehmes Geräusch für dich. Nein. Oh Wunder. Hat das irgendwas mit der Biografie zu tun oder willst du mich nur quälen? Das werden wir rausfinden. In der heutigen Folge werden wir auch auf alte Muster stoßen und eine Premiere haben. So viel schon mal vorweg. Liebe Stephanie, du als Textilexpertin kannst mir auch sicherlich sagen, wo die Seide herkommt. Aus China. Aus der Raupe. Aus der Seidenraupe, richtig. Kommt aus China. Aber wo erhält man denn am besten im 17. Jahrhundert in Europa Seide? In Frankreich. Nein, nicht ganz, aber eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die freie Handelsstadt Frankfurt. Ah. Und jetzt sind wir richtig dran, denn das Weibsbild dieser Folge wird am 2. April 1647 dort geboren und trägt den Namen Maria Sibylla Merian. Ah. Stand auch auf meiner Liste. Na geh, dann kann ich dich ja gar nicht mit zu vielen Sachen überraschen. Aber ich habe tatsächlich noch nicht viel über sie recherchiert. Ich habe, glaube ich, einen anderen Podcast mal über sie gehört, aber auch jetzt nicht so, weißt du, länger her und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit allen Details ihres Lebens wirklich vertraut wäre. Aber cool, cool. Ich verstehe. Dann hoffe ich, ich kann dich mit ein paar Dingen zumindest, mit ein paar Neuigkeiten vertraut machen. Bestimmt. Das ist unsere Premiere. Die Vero spricht zum ersten Mal von einem Weibsbild, deren Namen sie richtig aussprechen kann. Sie ist deutschsprachig. Und ich freue mich sehr, dass die Maria Sibylla Merian das geworden ist. Maria Sibylla Merian kommt aus einer gutbürgerlichen Familie, die übrigens auch den Reformierten angehört. Und mit dieser Glaubensgruppe sind sie dort in Frankfurt zwar Außenseiter, aber in Frankfurt war es möglich, mit unterschiedlichen Religionen sich den Lebensraum zu teilen. Also es war jetzt nicht so ein Unding, dass unterschiedliche christliche Religionen, sage ich jetzt dazu, miteinander leben. Gutbürgerliche Familie heißt, also es ist Mittelklasse. Das ist jetzt nicht unbedingt wohlhabend, keine Rich Bitches, aber man weiß, wer sie sind und vor allem weiß man, wer ihr Vater ist. Der Schweizer Matthäus Merian, Kupferstecher und Verleger. Ihre Mutter war seine zweite Frau, Johanna Sibylla Heine. Frankfurt war zu dieser Zeit eine freie Handelsstadt, wo unterschiedlichste Religionen zusammenleben konnten, wie vorhin gesagt. Frauen nicht ganz so eingeschränkt waren wie in anderen europäischen Städten und es gab eben eine große Mittelklasse. Außerdem hat Frankfurt die Pest überlebt und es gab einen Regenbuchhandel. Mit drei Jahren verliert Maria ihren Vater. Laut Legende soll er im Sterbebett noch so etwas gesagt haben wie, bin ich schon nicht mehr da, wird man noch sagen, das ist Merians Tochter. Ihre Mutter heiratet erneut den Blumenmaler Jakob Morell. Und das ist jetzt das wiederkehrende Thema. Die Blumen sind zurück. Ja, endlich. Für diese Zeit hat Maria Sibylla also eine relativ ruhige Kindheit, aber sie ist schon etwas seltsam. Einerseits tobt sie nicht so wild mit anderen Kindern herum oder hat sehr viel Kontakt mit anderen Kindern ihres Alters oder bäckt Kekse mit der Mutti, denn sie versteckt sich oft im Dachboden und schaut sich dort ewig die Bilder und Kupferstiche ihres Vaters an. Andererseits hat sie auch ein recht ungewöhnliches Interesse, wovon die Stefanie wahrscheinlich schon Bescheid weiß. Und weil du mich mit der Gelse terrorisiert hast. Und zwar, dieses Interesse ist oder sind Insekten. 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 Und als Frau im 17. Jahrhundert einen Beruf zu erlernen, war vielleicht nicht üblich, aber in ihrer Position eben möglich als gutbürgerliche Tochter. Weil sie eben das Umfeld hatte, das sie förderte, weil sie einen Stiefvater hatte, der wollte, dass sie das lernte. Das Kupferstechen an sich war ja auch körperlich ein ziemlicher Aufwand. Also das ist schon nicht unanstrengend, wo ich mir denke, das ist normal oder die Norm war sicherlich nicht, dass es dem Mädchen beigebracht wird. Aber sie wollte das erlernen und das hat sie dann eben auch erlernt. Mit 13 Jahren untersuchte sie eben Insekte und sammelte Dattelkerne. Kannst du dir vorstellen, was Dattelkerne sind? Kerne von Datteln. Das wäre so einfach, oder? Die Vero stellt halt Fragen, ha? Doch logisch. Was geht mit dir? Ola. Dattelkerne, so hat man damals die Puppen von Schmetterlingen genannt. Ah, okay. Bezeichnet, ja. Also sie sammelt vor allem die sogenannten Dattelkerne von Seidenraupen. Ah ja. Um wieder den Anfang mit reinzunehmen, wo ich dich raten ließ und kurz irregeführt habe nach China. Ja. Sie ist also von der Metamorphose komplett fasziniert, von der Wandlung einer Raupe in den Schmetterling. Sie führt ein Studienbuch und kommt nach und nach drauf, es gibt noch viel interessantere Raupen als die Seidenraupe. Und dann sammelt sie die auch und malt sie und versucht alles Raupig-Kriechige einzusammeln und nach Hause zu scheffeln, was sie irgendwie nur finden kann. Ihr Stil, ihr Malstil wird beeinflusst von Flegel und Mignon, weil sie unter denen auch lernt. Also sie wird nicht nur von ihrem Stiefvater geschult, sondern dadurch, dass der immer wieder mal auf Reisen ist, bekommt sie immer wieder mal andere Lehrer gestellt. Ein Schüler von ihm, Johannes Graf, trifft jetzt die 17-jährige Maria Sibylla, als dieser aus Italien zurückkommt und bei ihm in der Werkstätte arbeitet. Bisset, aber der ist scharf. Unter dem lernt sie auch ein bisschen. Sie verliebt sich aber auch in ihn und ein Jahr später heiraten sie. Ah ja. Also zu ihrer Hochzeit ist sie 18 Jahre alt. Das ist schon wieder mehr die Norm in dieser Zeit. Fast schon alt. Die beiden ziehen jetzt nach Nürnberg um und das Haus, in dem sie damals lebten, das steht immer noch, was irgendwie cool ist, weil es die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs überlebt hat. 1668 kommt ihre erste Tochter Johanna zur Welt. In Nürnberg gibt es auch ein aufgeklärtes Bürgertum, aber Universitäten bleiben den Frauen verwehrt. Maria Sibylla macht sich den Umstand, dass die Töchter der Bürgerklasse aber auch irgendeine Art von Ausbildung bekommen wollen oder bekommen sollen. Diesen Umstand macht sie sich selbst zunutze und gründet die Jungfernkompanie. Sie unterrichtet jugendliche Frauen im Sticken, Nähen und Malen. Außerdem verkauft sie ihnen die Unterrichtsmaterialien, das was man braucht, Pindeln, Stifte, Farben. Und das wird dann die Haupteinnahmequelle dieser jungen Familie. Ah ja. Zusätzlicher Nebeneffekt dort in Nürnberg, was auch ziemlich nice für sie ist. Sie kann sich diese fancy schmancy Gärten von Nürnberg ansehen. Also in den Familien dort, wo sie hingeht und unterrichtet, kann sie sich diese ganzen tollen, wunderbaren Gärten anschauen und weiterhin Pflanzen und Insekten verfolgen und untersuchen. Cool, ne? Echt? Bis vor kurzem war es eines der weirdesten Dinge überhaupt, sich das Gekrabbel näher ansehen zu wollen, weil die Leute damals geglaubt hatten, sie entstanden aus Gatsch und Dreck. Und sind so die Überreste und unwichtig. Und der Mensch steht sowieso über allen Tieren, aber so das Gekreuch und Gefläuch ist das Letzte. Und da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, warum man das überhaupt noch braucht. Bla, 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 bla. Ja, also Mücken und Raupen galten im 17. Jahrhundert als aus Schlamm gezeugte Teufelsbrut und Schmetterlinge als Hexenwerk. Einem mittelalterlichen, ja, das ist eigentlich ziemlich absurd, aber Mittelalter halt. Einem mittelalterlichen Volksglauben zufolge nahmen Hexen die Gestalt der schönen Tiere an, um so getarnt Milch- und Buttervorräte zu verderben. Das alte Wort Schmetten bedeutete Milch und Sahne und der Schmetterling war ursprünglich ein Schmandlecker, ein Buttervogel oder eine Butterfliege. Ah ja, wie im Englischen, ne? Im Englischen heißt er heute noch so, der Butterfly. Ja, lustig. Weil es Hexenwerk ist. Spannend, oder? Wo das herkommt. Okay, das ist ein Schmandlecker. Hier so, ein deutscher Schmandlecker. Oder der Metterschling. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Aber die Zeiten ändern sich dahingehend gerade und mehr und mehr Forschende haben Interesse an diesem Gefleuch. Jetzt schreibt bzw. malt oder kupfersticht sie ihr erstes Buch. Das wird nämlich ein Vorlagenbuch zum Malen oder Sticken. Sie arbeitet also fleißig in Nürnberg dahin und baut sich dort ein Netzwerk auf, veröffentlicht, malt, untersucht. Und zehn Jahre nach der Geburt ihrer ersten Tochter erblickt 1678 die zweite Tochter Dorothea, das Licht der Welt. Und dann kommt sie zu dem Entschluss, ihr Studienbuch zu veröffentlichen. Eine illustrierte naturwissenschaftliche Arbeit. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, sie hat ja seit sie 13 Jahre alt war, ein Studienbuch gehabt. Ich meine, es muss da mal geben, die 13-Jährige, die halt forscht und untersucht und das niederschreibt. Das ist ja, finde ich, schon mal eine Besonderheit. Aber sie hat das eben über die Jahre hinweg weitergemacht und verfolgt. Und jetzt möchte sie dieses Studienbuch veröffentlichen. Und dieses Buch trägt den Titel Der Raupen – Wunderbare Verwandlung und Sonderbare Blumennahrung. Finde ich auch einen sehr schönen Titel. Es gibt übrigens einen längeren Titel, der ist auch nicht auf dem Vordergrund abgedruckt, aber der vollständige Titel der ersten Ausgabe lautete Der Raupen – Wunderbare Verwandlung und Sonderbare Blumennahrung, worinnen durch eine ganz neue Erfindung der Raupenwürmer, Sommervögelein, Motten, Fliegen und anderer dergleichen Tierlein Ursprung, Speisen und Veränderungen samt ihrer Zeit, Ort und Eigenschaften den naturkundigen Kunstmalern und Gartenliebhabern zu Dienst, fleißig untersucht, kürzlich beschrieben, nach dem Leben abgemalt, ins Kupfer gestochen und selbst verlegt. Von Maria Sibylla, Gräfin – also das ist irgendwie so das weibliche Graf, weil sie ja den Herrn Graf geheiratet hat. Matthei Merians des Eltern Tochter. Das ist der Titel. Das ist ein sehr catchy Titel. Ich würde den gerne mal auf den Spiegel-Bestsellerlisten sehen. Das stimmt, das stimmt. Okay, aber sie hat sich Gräfin genannt, weil sie den Herrn Graf, aber der war ja nicht Graf, der hieß ja nur so, oder? Das ist so, wenn ich jetzt sage, die… Die Meierin oder die Müllerin oder so. Ja, genau, genau. Ah, okay, gut. Ich wollte jetzt gerade die Eliasianerin oder so, wie würde man das bei dir sagen? Die Eliasianerin. Die Eliasin. Widerliche Weibspieler. Dieser Band sollte ihre zukünftige Laufbahn stark bestimmen. Sie bekommt sehr viel positives Feedback, erntete auch Respekt für diese Arbeit, aber nur bedingt, weil das Buch auf Deutsch rauskommt und zu dieser Zeit sich viele denken, wenn es nicht Latein ist, dann ist es nicht wissenschaftlich genug. Also es ist so wie heute, glaube ich, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit nicht auf Englisch rausbringst, oder keine Ahnung, dann können es halt einfach nicht so viele lesen. Also es ist nicht, keine internationale Reputation. Ja, erstens das und zweitens dadurch, dass sie eine Frau ist und das eben so, kann schon sein, dass das auch ein Stigma war, dass es dann, wenn es auf Deutsch rauskommt, dass es nicht wissenschaftlich genug ist, wer weiß. Wahrscheinlich auch, wenn es eben einerseits eine Frau herausbringt und dann auch eine Frau herausbringt, die davor halt irgendwie Stickmuster herausgebracht hat. Wahrscheinlich haben da einige die Nase gerümpft. Sicher, sicher. Aber bei ihr haben sicher schon ihr ganzes Leben lang die Leute Nase gerümpft. Wahrscheinlich sogar die eigene Mutter, wenn du dann nach Hause kommst und dann halt bringt dir dein Kind da so einen Haufen Raupen und Insekten und Spinnen vielleicht nach Hause. Sie war schon ein bisschen weird, glaube ich, und deswegen mag ich sie sehr. Fünf Jahre später kommt ein zweiter Band heraus. In diesen Bändern sind jetzt Insekten und Motten und alles Mögliche eben drin, aber was Merians Werk so besonders macht, ist, dass sie auf einer Seite das Tier, die Larve, in der es entstanden ist, aber auch die Pflanze, von der er sich ernährt hat, auf diesem Bild drauf hat. Also sie bildet alles auf einer Seite drauf ab und du siehst halt so quasi den ganzen Zyklus, weil du halt nicht nur das Tier hast, sondern wie ist es entstanden, wovon ernährt sie sich. Das ist ein sehr ökologischer Gedanke eigentlich. Und außerdem, andererseits, ist ihr Malstil auch so wunderschön und gleichzeitig so detailliert und naturgetreu, dass ihr kaum jemand das Wasser reichen kann, was naturwissenschaftliche Illustrationen betrifft. Und dieser eigene Stil, den sie hat, diesen... Ah, das ist ein Bild von Damerian. 1681 stirbt ihr Stiefvater und Maria Sibylla zieht zu ihrer Mutter zurück nach Frankfurt. Nun kommt eine Sinneswandlung. Es wird eine Sinneswandlung sein, die dich interessiert, nehme ich dann. Denn sie tut es ihrem Halbbruder gleich und wechselt ihren Glauben. Und zwar schließt sie sich einer religiösen Sekte an, den Labbadisten. Aha. Na, kannst du vorstellen. Warum das die Stefanie interessieren könnte, wird sich nicht in dieser Folge zeigen, aber irgendwann mal werdet ihr es mitbekommen. Das ist ein Cliffhanger jetzt. Also, sie schließt sich eben einer religiösen Sekte an und das sind die Labbadisten, benannt nach einem Herrn Labbadie, der mehr so auf Ultrakristentum stand. Und sie war ja zuerst Reformist und nicht Protestant und auch nicht Katholikin. Sie war ein Fan von Calvin und der Labbadie war wohl auch einer, der den Calvin sehr getaugt hat. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Riesenumdenken gewesen, aber er steht halt voll auf dieses Thema Auferstehung und Heiliger Geist und fokussiert sich stark in diese Richtung. Als sie eben Labbadistin wird, ist der Herr von Labbadie schon gestorben, aber diese Gemeinde gibt es weiterhin. Und Labbadisten wichen zwar äußerlich kaum von der Lehre der reformierten Kirche ab, orientierten sich aber an einem katholisch-klösterlichen Lebensideal und lebten in Gütergemeinschaft von eigener Handarbeit. Das ist so ein bisschen back to the roots und die Natur schätzen und so eine Natur-Sekte. Entschuldige, in dem Moment, weil ich Natur-Sekte gesagt habe. Das heißt, sich sowas nicht schämt. Diese Labbadisten haben mittlerweile diese Gemeinde, die es eben noch gibt, die haben sich mittlerweile in den Niederlanden in Friesland angesiedelt, wo Maria Sibylla mit ihren Töchtern gemeinsam jetzt auch hinzieht auf das Schloss Walter. Ihr Ehemann Graf ist nicht dabei. Der erreicht dann auch irgendwann die Scheidung ein, weil sie ihm quasi zu den Labbadisten abbauscht. Der ist jetzt nicht für mich erkannt. Und ein paar Jahre später, also ein paar Jährchen später, wird ihm das auch gestattet. Die Scheidung. Jetzt ist sie noch dazu eine geschiedene Frau. 1690 stirbt Maria Sibylas Mutter und ein Jahr später verlassen Maria Sibylla, Johanna und Dorothea die Labbadisten-Gemeinde und ziehen ins weltoffene Amsterdam. Also sie war auch wirklich nur ein paar Jahre dort. Sie ist dann dort weg, weil sie zu krass war? Ich glaube nicht, dass die im Bösen auseinandergegangen sind. Die hatten kein Problem damit, dass sie wissenschaftlich sich betätigen wollte und halt naturforschend unterwegs sein wollte. Und vor allem die ganzen Kinder sind irgendwie dann auch miteinander aufgewachsen und sollten miteinander was lernen und so. Und ich glaube, das war irgendwie so der Ansatz, der ihr wahrscheinlich gedaugt hat, dass du eine Gemeinschaft bist. Was ja meistens auch das ist, was die Leute so ein bisschen anzieht in religiösen Sekten, weil du halt so ein starkes Miteinander, so eine starke Community. Und wenn du so etwas Familiäres auch hast, ja. Ja, aber ich glaube, sie wollte einfach nach Amsterdam, weil, also für die Zeit, ich glaube, das ist nicht lange her, dass die in Amsterdam keine Säkularisierung mehr haben. Und dort tut sich wissenschaftlich viel, dort tut sich malerisch viel. Also es macht einfach Sinn, dass sie in diese Stadt will. Ja, voll, ja. Und vielleicht ist sie auch einfach so ein Typ Mensch, der irgendwie mal sagt, so alle paar Jahre Wohnort wechseln. Ja, anscheinend, weil sie ist schon viel herumgekommen. Sie bricht aber, bevor sie nach Amsterdam geht, auch noch bewusst die letzten Brücken zu Deutschland ab und kündigte in Frankfurt ihr Bürgerrecht auf. In Amsterdam ziehen sie in ein großes Haus. Sie wird als Malerin und Kupferstecherin und auch als angesehene Frau betrachtet und dort wahrgenommen. Und sie hat die Möglichkeit, sich Kollektionen aller Art, berühmte Kabinette der Kuriositäten, Raritätenkammern und so weiter anzusehen. Das waren Sammlungen von Krimskrams, aber eben vor allem auch wissenschaftlich interessante Dinge. Präparierte Tiere, Skizzen, Zeichnungen, aber vor allem eben auch Schmetterlinge. Alles das, was sie interessiert hat. Sie baut sich auch ihr eigenes Kabinett der Kuriositäten zu Hause auf. Sie sammelt Tierchen, Tierpreparate, Skizzen, Malereien und alles, was sie zu ihrer Forschung brauchen kann und was zu ihrer Forschung beitragen kann. Sie verdient ihr Geld erneut durch Malen und dem Verkauf von Material. Sie sieht viel. Sie ist anerkannt. Nur eins nervt sie bei diesen ganzen Besichtigungen von den Leuten dort, von diesen ganzen Sachen, die sie sich dort anschauen kann. Der Prozess der Metamorphose von diesen exotischen Tieren ist nirgends zu finden. Wie gibt's das, Oida? Warum sieht man das nirgends? Oida. Und jetzt schmiedet sie einen Badass-Plan. Ich meine, eine arbeitende Frau zu sein, geschieden, erfolgreich, anerkannte Illustratorin, Malerin und Sammlerin zu sein, scheint ihr noch nicht Badass genug gewesen zu sein zu dieser Zeit. Sie will die Metamorphose dieser exotischen Tiere selbst sehen und miterleben, indem sie in den Dschungel reist und vor Ort forscht. Schon krass, ja. Meine Fresse, die war aber mutig. Als Beispiel im Gegensatz dazu, im Jahr 1684, also früher noch, verdächtigten die Nürnberger zum Beispiel ein altes Weib als Spinne ein Mädel in wilde Zuckungen versetzt zu haben und verbrannten sie auf dem Scheiterhaufen. Also ich nehme an, die hatte wahrscheinlich eine Art Epilepsie oder sonst was, oder allergische Schockreaktion, weiß ich nicht. Aber die hatten das eben einer Frau zugesprochen, dass die eine Hexe gewesen sei und haben diese Frau verbrannt. Und das war gerade mal fünf Jahre, nachdem Maria Sibylla Merian ihren ersten Teil des Raupenbuches veröffentlicht hat. Sie sitzt jetzt aber in Amsterdam und will in den Dschungel, obwohl ihr das viele Ausreden versuchen. So, spinnst du, bist du deppert, was ist, Alter? Weißt du, wie heißt das, dass das dort ist? Und so weiter und so weiter und so fort. Wenn Gott ist das Klima, da kraseln sich die Hörer, das schaut scheiße aus. Ich meine, ich habe an deiner Reaktion von diesem Gelsengeräusch vorhin schon gemerkt. Weißt du, das hätte man nie vorspielen müssen wahrscheinlich dann zu der Zeit. So ist das dort. Und noch dazu hat ihr das kein Forschungsinstitut oder sonst was zahlen wollen. Das heißt, sie muss sich das alles selbst erhackeln, selber zahlen. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Und zwar, dass sie keine männliche Begleitung mitnehmen konnte, wollte, whatever. Sondern sie nahm ihre minderjährige Tochter mit. She cray cray. Sie macht sich 1699 also auf den Weg nach Suriname. Eine niederländische Kolonie in Südamerika. Und da gab es auch eine Labbadisten-Connection. Und deswegen meine ich fast, dass sie mit denen in gutem Kontakt war. Also der Lord von Sommeldeik, dessen Familie Schloss Walter der Glaubensgemeinschaft zur Nutzung überlassen hatte, das Schloss Walter, wo sie gelebt hatte, war zu dieser Zeit nämlich Gouverneur in Suriname. Als sie nach einer langen und beschwerlichen Reise in Suriname ankommen, erschlägt sie zwar einerseits das Klima, andererseits können sich Mutter und Tochter aber gar nicht satt sehen an den kriechenden und surrenden Wesen des Dschungels. Auch das soziale Klima in Suriname war angespannt, denn Kolonie bedeutet, dort waren die Plantation Owners und hatten dort noch ihre SklavInnen. Es gab auch die indigene Bevölkerung und mehrmals gab es wohl auch Konflikte zwischen den SklavInnen und den Indichiners. Die halfen dort aber auch den Merian-Frauen bei ihren Untersuchungen, auch wenn es irgendwie eine absurde Situation für sie war, denn sie mussten flussaufwärts bei Tropenhitze in langen Kleidern weiter. Es gab auch noch keinen ausgetretenen Weg oder sowas. Das heißt, du kämpfst dich durch den Dschungel durch. Man hat allergische Reaktionen auf Raupen, Moskito-Bisse, Spinnen und Wespenplagen. Das haben sie durchgemacht. Und die Plantation Owners übrigens machten sich auch noch lustig über die zwei Merian-Frauen, weil sie erstens mit dem Konzept Sklaverei nicht d'accord war und zweitens geht es denen, also den Plantation Owners überhaupt nicht ein, dass sie kein Interesse an Zucker oder Pfeffer hat, was normalerweise der Grund ist, warum die Europäer herkommen, sondern eben nur die bissigen Viecher und Pflanzen sehen wollen. Sie lässt sich auch von den indigenen Leuten dort helfen und schreibt so gut es geht auch die Bezeichnungen so auf, wie die Leute vor Ort den Namen den Pflanzen geben oder welche Namen sie dort für gewisse Pflanzen haben. Sie versucht das so runterzuschreiben. Sie ist übrigens besonders begeistert von der Ananas und schreibt, es schmeckt wie alle anderen Früchte zusammen. Und zum Thema Wirkung schreibt sie auch etwas auf, was uns so ein bisschen ihre Empathie zeigt, aber vor allem auch die furchtbare Situation der Sklavinnen dort. Sie schreibt, die sind jetzt ihre Worte, Indianer und Afrikaner, die nicht gut von ihren holländischen Mastern behandelt werden, nehmen die Samen der Pfauenblume oder Floß Pavonis und versuchen damit ihre Kinder abzutreiben, weil dann wenigstens ihre Kinder kein Sklavenleben führen müssten. Sie begehen auch Selbstmord aufgrund der unmenschlichen Behandlungen dort, weil sie hoffen, mit ihren Freunden in ihrem Heimatland wiedergeboren werden zu können. Maria Sibylla forscht und zeichnet und schreibt weiter und weiter und weiter, bis sie nach zwei Jahren Aufenthalt leider schon sehr früh die Rückreise wieder antreten muss, weil sie krank wird. Sie bekommt nämlich Malaria. Oh mein Gott, sie wird sterben! Ja, die Frauen packen jetzt alles, was irgendwie packbar ist, zusammen, stecken alles irgendwie ein, verstauen ihren Fund in Kisten, lagern die kleinen Tierchen in Alkohol, also die Insekten, und reisen dann mit dem ganzen Zeug, was sie da gefunden, gesammelt, geschrieben, gezeichnet haben, zurück nach Amsterdam. In den Niederlanden zurückgekehrt. Was macht sie als nächstes? Ein Mordsgeschäft für die Elite? Nein. Nein, sie will natürlich Wissen vermitteln, so gut es geht. Knowledge is power. Ausgebrannt ist sie jetzt natürlich auch, weil sie eben jetzt noch kein Geld verdient hat, aber, wie soll ich sagen, she wants to make ends meet. Also sie will jetzt nicht mega reich dadurch werden, dass sie ihre Forschungen angestellt hat, sondern sie will halt gerade mal so viel verdienen, dass sie sich ein Leben leisten kann. Das hängt sich ja auch mit ihrer religiösen Überzeugung zusammen, dass sie halt sagt, so bescheiden bleiben und bescheidenes Leben führen und so. Aber sie will eben Wissen vermitteln und ihre Forschungen weiter betreiben. Also veranstaltet sie eine Ausstellung, wo man all ihre Zeichnungen und Werke der Reise sehen kann. Und 1705, ein paar Jahre später, publiziert sie ihre wichtigste Arbeit, Metamorphosis Insectorium Surinamensium. Also die Metamorphose von surinamesischen Insekten. Und das gibt sie auf Niederländisch und auf Latein raus. Ihr Ruf als Forscherin und Wissenschaftlerin ist durch diese Arbeit jetzt unkaputtbar. Für die Veröffentlichung dieses Buches hat sie auch andere angepumpt und ihnen gesagt, subscribe to my book, weil es eben auch sehr, sehr teuer war, das herauszubringen. Und sie hat es auch auf vier unterschiedliche Weisen verkauft und herausgegeben. Schmetterlinge sind übrigens in ihrer tatsächlichen Größe auch drin abgedruckt, was auch ziemlich cool ist. Und ja, wie gesagt, das Buch ist ein Riesenerfolg. Also es hat funktioniert. Die Widmung dieses Buches galt allen NaturliebhaberInnen und BeobachterInnen. 1715 erleidet sie einen Schlaganfall, der sie teils lähmt. Und zwei Jahre später, im Jänner 1717, stirbt Maria Sibylla Merian. Am 17. Jänner 1717. Dieses Datum habe ich mir gedacht erwähne ich, weil... 17. Jänner ist auch mein Geburtstag. Eben, weißt du, da spielt vieles zusammen. Und da wird sie fein, aber klein beerdigt an diesem Tag. Wie alt ist sie jetzt geworden? Doch alt, ne? 69. 69 ist sie geworden. Posthum veröffentlicht ihre Tochter einen weiteren Band. Also alles, was sie dann irgendwie noch notiert und ausgeschrieben hat, hat ihre Tochter dann weiterverfolgt und herausgegeben. Und ihre Tochter war natürlich auch naturforschend unterwegs. Zu ihrer Zeit hat sie sich immer wieder beweisen müssen. Und ihr wurde aufgrund ihres Geschlechts auch vieles nicht so zugesprochen. Mittlerweile hat sich das aber zum Glück geändert. Und es gibt in der Wissenschaft eine große Form von Respekt für sie. Beispielsweise hat man ihr nicht geglaubt damals, als sie eine Spinne gemalt hat, die sich einen Kolibri zur Beute macht, einen kleinen Vogel zur Beute macht, weil das so unvorstellbar geklungen hat. Mittlerweile weiß man aber, dass es solche Spinnen gibt. Um 1990 herum wurde ihr Porträt auch auf den 500-D-Mark-Schein gedruckt. Und auf der Rückseite war ein Löwenzahn mit Raupe und Falter drauf, so wie sie das gemalt hatte. Der blieb auch bis zur Umstellung auf den Euro dann. Außerdem sind Schulen, Verbindungen, Straßen, ein Forschungsschiff, ein Preis und noch was alles nach ihr benannt worden. Und seit 2018 gibt es auch in Wien die Maria-Mérien-Gasse. Ah. Die ist im 22. Bezirk. Ach cool. Muss man mal hinfahren. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob das jetzt eine schöne Gegend ist. Donaustadt, ja, weiß ich nicht. Na, ist ja egal. Wir müssen da einfach zum Straßenschild. Zum Straßenschild. Machen wir mal ein Foto dort. Let's do it. Oder, wenn ihr dort in der Nähe wohnt, dann fahrt doch hin, macht ein Foto und schickt es uns an den Podcast. Ja, gerne. Das würde uns extrem freuen. Das wäre cool. Karl von Linné nahm Bezug auf ihre Arbeiten und benannte eine Motte auch nach ihr. Das finde ich natürlich auch sehr cool. Aber da hätte ich jetzt einen Funfact draus suchen sollen, weil ich glaube, es gibt eine Spinne oder sowas, die nach der Beyoncé oder so... Wirklich? ...benannt wurde. Vielleicht finde ich es nachher noch. Uh. Wir schließen Ann-Maria Sibyllas Biografie und ihren Lebensweg an und sprechen über Frauen in der Forschung. Juhu! Bitte! Nicht schon wieder Feminismus! Ja, zum Thema Frauen in der Forschung nehme ich gleich mal vorweg. Die guten Nachrichten sind, es gibt mehr und mehr Frauen in der Forschung und die Genderlücke schließt sich, aber sie schließt sich nur sehr langsam. Ich wollte jetzt mal starten und zwar mit einem ganz, ganz kurzen Überblick über die Geschichte, über die historischen Belege für Frauen in der Wissenschaft. An und für sich gibt es seit der Antike immer wieder Frauen, die in der Wissenschaft und in der Forschung tätig waren und da Leistungen erbracht haben und Dinge das erste Mal erkannt, benannt, erforscht haben. Das war in der Antike speziell in den Bereichen Medizin, Chemie und Alchemie oder beziehungsweise Chemie, Alchemie, das war ja so ein Topf mehr oder minder. Und gerade im antiken Griechenland waren auch immer wieder Frauen in den mathematischen, philosophischen Denkschulen vertreten. Es waren nicht viele und tatsächlich ist ihre Leistung auch nicht so gut übertragen wie oft von Männern, aber es gab sie und sie waren zu dem Zeitpunkt wohl auch auf Augenhöhe anerkannt. Und im Mittelalter hat es dann begonnen, wie wir eben auch schon bei der Folge über die Trotter gehört haben, dass sich Bildung und universitärer Zugang, dass sich das alles so zunächst mal getrennt hat, dass dann einfach Frauen vornehmlich in den Nonnenklöstern wissenschaftlich tätig waren oder überhaupt im Bildungsbereich tätig waren und in der frühen Neuzeit beginnt das dann eben mit diesen ganzen Universitäten und da werden dann Frauen dezidiert ausgeschlossen und nicht zugelassen, außer wieder, wie wir bei der Trotter wissen, in Italien, da war das anders. Aber dieses Fernhalten von Frauen von Bildung und von Forschung und von Wissenschaft, die hält sich sehr, sehr lange und weltweit ändert sich da erst im späten 19. Jahrhundert schrittweise etwas, beziehungsweise teilweise auch später und auch in Europa um einiges später. Also dieser Zugang zu Universitäten und zu Forschung, der passiert wirklich erst sehr, sehr spät. Na, geh auf! Es hat vor kurzem eine Studie gegeben. Demnach steigt der Anteil der forschenden und publizierenden Wissenschaftlerinnen in allen untersuchten Ländern und Regionen vor allem unter den Jüngeren, was eine gute Sache ist. Die Zahl der Männer in der Forschung ist jedoch in allen untersuchten Ländern nach wie vor höher. Mit Ausnahme von Argentinien, da gibt es 51% Forscherinnen. In den meisten Ländern publizierten Frauen am wenigsten in den physikalisch-mathematischen Fächern und am meisten in den Lebens- und Gesundheitswissenschaften. Also es gibt wohl doch noch einen Männerbereich, beziehungsweise Frauenbereich. In Deutschland lag das Verhältnis zwischen publizierenden Autorinnen und Autoren bei rund 0,47. Dieser Wert hat sich aber verglichen mit der Studie, die zehn Jahre zuvor passiert ist, verbessert. Deutschland liegt aber unter dem EU-Durchschnitt. Der EU-Durchschnitt ist 0,63 und der paritätische Wert, das ist der angestrebte Wert, ist 1,0. Also das möchte man, dieses Ergebnis möchte man haben, dann wären wir bei 50-50. Vor allem ist es nach wie vor so, dass Forscher immer noch präsenter sind als ForscherInnen oder ForscherInnen in dem Fall. Was auch interessant ist, dass sowohl Männer als auch Frauen sich, wenn sie Autoren einer wissenschaftlichen Arbeit werden, tendenziell auch immer mit Leuten ihres eigenen Geschlechts zusammentun, um das herauszugeben. Also wenn du eine Autorin bist, dann suchst du dir meistens eine Co-Autorin und wenn du ein Autor bist, dann suchst du dir meistens einen Co-Autor. Und dadurch, dass Männer international präsenter sind als Frauen, werden sie irgendwie auch häufiger in Publikationen zitiert. Dann sind sie draufgekommen, dass männliche Hauptautoren um bis zu 21 Prozent häufiger ein positives Framing in ihren Überschriften und Zusammenfassungen verwenden. Sie schreiben halt oft so Wörter wie ausgezeichnet, neuartig, einzigartig. Kommt bei Männern viel öfter vor in den Arbeiten als bei den Frauen, was das Ergebnis und die Verteilung und die Publikationen anscheinend maßgeblich beeinflusst. Trotz steigender Zahl von Frauen in der Wissenschaft ist es eben so, dass auch Frauen dementsprechend weniger verdienen, eben weil sie es schlechter framen oder verkaufen. Und irgendwie mich erinnert das dann auch immer gleich daran, dass Frauen sich selbst irgendwie, also ich weiß nicht, ob das am fehlenden Selbstbewusstsein der Frauen oder an dem überbordenden Selbstbewusstsein des Mannes liegt. Aber da gibt es ja auch immer wieder mal so Geschichten, dass man hört, egal welches Berufsfeld, wenn du dich für einen Job bewirbst und es stehen jetzt irgendwie zehn Anforderungen drin, dann ist es durchschnittlich wohl so, dass wenn ein Mann jetzt vier dieser Anforderungen hat, sich trotzdem bewirbt und sich denkt, ah, ich bin eh gut für diesen Job. Und eine Frau von sich glaubt, ah, wenn ich nicht mindestens acht dieser Anforderungen habe, dann brauche ich mich gar nicht erst bewerben, weil ich für diesen Job sowieso nicht passend wäre. Ich habe da noch was anderes gefunden, was auch da reinspielt. Und zwar hat die Uni Yale eine Studie veröffentlicht mit fiktiven BewerberInnen, wo wortgleiche Bewerbungen und auch wortgleiche Lebensläufe einmal mit einem weiblichen Namen und einmal mit einem männlichen Namen verschickt wurden. Und da wurden die Lebensläufe der Frauen immer als schlechter eingestuft. Das heißt, auch bei Bewerbungen oder bei Publikationen ist es tatsächlich immer noch ein Vorteil, wenn das anonymisiert passiert. Weil anscheinend auch dieses Lesen von, ach, okay, das hat jetzt eine Frau geschrieben oder das ist im Lebenslauf von einer Frau, das hat die gemacht, aha, ja, ist so mediocre und bei einem Mann wird das irgendwie noch immer höher eingestuft. Ja, also es kommt quasi natürlich nicht nur auf die Borschenden beziehungsweise die BewerberInnen an, sondern es kommt auch auf diejenigen an, die sie anstellen. Also einerseits die Frauen, die sich da wohl durchschnittlich weniger zutrauen und andererseits, dass ihnen weniger zugetraut wird. Da arbeiten wir dran, da mit Selbstbewusstsein dahinter zu stehen und wenn man weiß, man hat eine gute Arbeit geleistet, dass man sich da eben auch traut zu behaupten, ja, das habe ich gemacht. Und das stimmt auch so und das, keine Ahnung, das ist eine Forschung, die ich betrieben habe und die hat genauso einen Anspruch wie der Forscher, der vielleicht ein anderes Objekt untersucht hat. Der schätze ich für mich ja keine Traut. Um eine Gleichheit an den Universitäten zu ermöglichen und um in die Richtung zu gehen und eine Form von 50-50 irgendwann mal herstellen zu können, das hängt natürlich auch von den Vorständen in den Universitäten ab und man hat eben vor kurzem rausgefunden, dass es wohl nach wie vor noch sehr stereotype Rollenmodelle gibt an diesen Universitäten. Die vertretenen Professorinnen und Professoren haben selbst sehr stereotype Geschlechterbilder wohl noch nach wie vor, laut einer Studie, die vor kurzem stattgefunden hat, in den letzten fünf Jahren, glaube ich. Die schrieben Frauen im Hochschulsystem eine verminderte Risikobereitschaft und Machtaffinität zu. Vor allem ein Deutungsmuster bei familiären Verpflichtungen böten laut der Studie beiden Geschlechtern immer noch vielfältige Begründungen für ungleiche Karrierechancen von männlichen und weiblichen Wissenschaftlern. Also Frauen hätten eben nach wie vor für die primäre Verantwortung für die Kinderbetreuung zu sorgen. Das ist nach wie vor einfach ein totales Thema, vor allem in vielen Vorständen, weil die Leute natürlich sagen, die können nicht lang bleiben, weil die werden sicher bald Kinder kriegen und dann sind sie sowieso weg. Und deswegen können wir ihnen nicht so einen verantwortungsbewussten Job zustellen, weil wenn die dann eh gleich weg sind, so bla 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 bla. Ja, beziehungsweise es ist aber auch, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhacke, es ist aber auch, dass es wohl, wenn man sich die Zahlen anschaut, tatsächlich auch so ist, dass in wissenschaftlichen Karrieren, die ja oft mit Ortswechsel und viel herumgereisen und dann zwei Jahre dort, zwei Jahre in einem anderen Land, dass es da wohl ist, dass tatsächlich Frauen öfter aufgrund von Partnerschaft auf so etwas verzichten. Und bei Männern ist es oft so, dass die Partnerinnen da mitziehen und dann auch ihre eigene Karriere an der wissenschaftlichen Karriere des Mannes orientieren. Ja, was sicher auch ein ökonomischer Grund ist. Ist sicher ein ökonomischer Grund, ja. Ja, also Frauen, die dann eben befragt werden, die sagen natürlich auch oft, dass das ein Problem ist und dass sie das nicht cool finden, dass eben weniger Frauen irgendwie in den Universitäten da irgendwie mitbestimmen dürfen oder schon mitbestimmen dürfen, aber halt nur zu einem sehr geringen Prozentteil. Aber da ist eben auch mitunter das Problem, dass sie oft nicht selbst aktiv werden und sich da was machen, weil sie Angst haben, dass sie dann einen schlechten Ruf sich erlangen könnten oder dass sie dann irgendwie sofort als, ah, das ist die Feministen-Bitch abgestempelt werden oder dass es so, die ist undiplomatisch und die bringt immer dieses Thema und so und du wirst ja sofort irgendwie, also das ist irgendwie auch nach wie vor ein Stigma. Wenn du dich eben für diesen Gleichstellungsprozess einsetzt an diesen Positionen, das ist eben nach wie vor ein Problem, weil du dich halt dreimal mehr beweisen musst als Frau. Und dass eben sich auch die Vorgesetzten nicht oft genug selbst dafür verantwortlich fühlen, die Bedingungen für den Nachwuchs zu verbessern. Deswegen dauert es so lange, weil das ist eben ein Rad, das eben erst sehr langsam in Bewegung kommt, aber es ist, wie gesagt, es kommt in Bewegung, aber es dauert einfach noch. Das Wissen über die Genderfragen ist oft beschränkt bei diesen Personen. Die forschungsorientierten Gleichstellungsstandards, die es gibt, in Deutschland zumindest, die DFG, waren den Professoren und Professorinnen laut Studie weitgehend unbekannt. Also das ist eben auch so eine Thematik, dass das einfach noch nicht so eine Aufmerksamkeit bekommt und so ein Bewusstsein noch nicht da ist. Dadurch könnten die Standards oft nicht zum Tragen kommen, die eben vorgeschrieben werden oder befolgt werden sollen. Und deswegen sagen halt viele an den Hochschulen, dass es an übergeordneten Strukturen einfach noch fehlt, dass dieses Bewusstsein fehlt und ja, dass man da einfach an Stigma zerarbeiten muss. Ein altbekanntes Thema, aber man kann es vielleicht gar nicht oft genug erwähnen, auch wenn es für viele schon mühsam wird. Widerliche Weibsbilder. Abgesehen von diesen absoluten Zahlen, wie viele Frauen, wie viele Männer gibt es denn derzeit in der Forschung und in wissenschaftlichen Karrieren, wenn man da mal genauer reinschaut, welche Position hat wer inne, kann man auf jeden Fall sehen, dass halt Frauen öfter die wissenschaftliche Karriere früher verlassen als Männer. Und das ist auch im Vergleich zu Zahlen während des Studiums und Zahlen dann je nach Karriereschritt. Da gibt es eine Schere, die sich halt auftut, beziehungsweise eigentlich umdreht, weil es bei ganz vielen Fächern so ist, dass es zu Beginn über 50 Prozent der StudienanfängerInnen Frauen sind. Und dann von Stufe zu Stufe von, wer schließt das Studium ab, wer habilitiert danach, wer geht in die Lehre, bleibt im universitären Rahmen, wer geht in die Forschung. Da werden dann die Prozentzahl der Männer immer höher und die der Frauen immer weniger. Also Frauen steigen früher aus wissenschaftlichen Karrieren aus. Und Frauen arbeiten auch durchschnittlich in geringeren Positionen als Männer bei gleicher Qualifikation. Es gibt da unterschiedliche, auch das ist jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was die Vero eigentlich eh gerade erzählt hat. Es gibt da verschiedene Theorien, was die Hindernisse sind, warum Frauen in der Forschung wenig präsent sind oder warum die nicht so sichtbar sind und auch einfach wenige sind. Da gibt es einerseits überraschenderweise noch immer den biologistischen Ansatz, der halt sagt, ja, weil Frauen eine geringere Intellektualität haben und ihnen die Fähigkeit zu analytischen Leistungen irgendwie fehlt, dass das wohl so biologisch gegeben ist, dass Frauen einfach nicht wissenschaftlich arbeiten können, ne? Natürlich, weil unser ganzes Blut, das ja unser Hirn versorgen sollte, haben wir ja gehört, oder? Das ganze Blut, das unser Hirn versorgen sollte, ja auf einmal in unserer Vagina landet. Genau, und einmal im Monat einfach aus dem Körper ausscheidet. Das finde ich dann schwierig. Und deswegen können wir ja gar nicht, also wie soll denn das gehen? Da bleibt aber nichts der Fantasie überlassen. Es gibt außerdem den Individual-Choice-Ansatz, dass es dieser, naja, Frauen wollen das ja gar nicht. Eben, die wollen gar nicht so viel machen, die wollen gar nicht publizieren und im Mittelpunkt stehen oder es sind halt weniger Frauen, die das wollen und mehr Männer, die das wollen. Auch der Ansatz ist fraglich. Es gibt den sozial-strukturellen Ansatz, wo es eben um soziale Einflussfaktoren geht, wie zum Beispiel eben, wie ist Familienplanung, wie finde ich Kinderbetreuung, finde ich angemessene Kinderbetreuung, ist es mir aus dem sozialen Umfeld her möglich? Eine wissenschaftliche Karriere durchzuziehen. Und es gibt auch den institutionellen Ansatz, nämlich, dass es eben um Geschlechterhierarchien in den Forschungsinstituten, in den Universitäten halt einfach gibt. Ja, dass eben da weniger zugetraut wird und die gläsernen Decken einfach bei jeder Stufe eingezogen werden oder eingezogen sind. Genau, also auf jeden Fall sind halt eben Punkte wie eine Kinderbetreuung, ist es mir möglich, oft das Land zu wechseln. Also eine wissenschaftliche Karriere ist ja auch sehr fordernd und braucht viel Fokus und viel Zeit. Gibt es da die Möglichkeit, diese Zeit aufzubringen? Es ist auch so, dass zum Beispiel in deiner wissenschaftlichen Karriere Publikationen höher bewertet werden, als jetzt zum Beispiel, wenn man in der Lehre ist. Das heißt, wenn ich dann irgendwie in einem wissenschaftlichen Bereich bin und da Vorlesungen halte, ist das schön und gut, aber Publikationen werden einfach höher gewertet. Und auch da passiert ein Geschlechterunterschied. Und auch bei der Ausarbeitung von Forschungsprogrammen, also quasi bei der Themenfindung, worüber wird geforscht, da sind auch Frauen oft nicht so eingebunden und damit sind einfach auch die Themen und die Forschung an sich schon männlich dominiert. Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken? Wir hatten, und da komme ich jetzt zu meinem nächsten und abschließenden Punkt, wir hatten in der Folge über die Trotter das kurz erwähnt, dass es einen sogenannten Mathilda-Effekt gibt. Magst du uns nochmal kurz erklären, was das denn genau ist? Es ist eben so, dass, wenn man das jetzt auch historisch betrachtet, in der gesamten Wissenschaftsgeschichte gibt es dieses Phänomen, dass das Werk von Frauen oft entweder nicht erhalten wurde oder ihr eine geringere Teilhabe, also quasi so eine Co-Autorinnenschaft, angedichtet wurde, sodass man sagt, ja, ja gut, der Mann hat diese Forschung gemacht und da war halt auch eine Frau, die hat da mitgearbeitet, dass ihr Werk und ihr Beitrag da kleiner gemacht wird, als er tatsächlich war. Und was man historisch auch beobachten kann, ist, dass ganz oft bei Frauen in der Forschung dann ihr wissenschaftliches Werk und ihre Arbeit so in der historischen Erinnerung in den Hintergrund wandert und dafür ihr Lebenswandel oder moralische Verfehlungen oder ihr Privatleben plötzlich irgendwie interessanter wird oder das wird dann erhalten, das wird festgehalten und weitergetragen und ihre eigentliche Arbeit fällt unter den Tisch. Das versteht man eben unter dem Mathilda-Effekt. Dieser Begriff stammt von Margaret W. Rossiter, die ist eine Wissenschaftshistorikerin und die hat diesen Begriff geprägt und dieser Effekt wurde benannt nach Mathilda Jocelyn Gage, die im 19. Jahrhundert das erste Mal dieses Phänomen beschrieben hat. Weil da gibt es ja auch einen Gegenbegriff mit seinem Männereffekt. Es gibt den Matthäus-Effekt, das ist so dieser Gegenbegriff, den gibt es auch schon länger und der stammt auch aus dem Matthäus-Evangelium. Da gibt es nämlich diesen Satz, jetzt sinngemäß zitiert nur, wer hat, dem wird noch mehr gegeben und wer nicht hat, dem wird auch noch genommen. Und der Matthäus-Effekt bezieht sich halt auf den ersten Teil dieses Satzes, dass nämlich, wenn man schon hat, dann kriegt man auch noch. Und der beschreibt eben, wenn du zum Beispiel jetzt in einer reichen, gutbürgerlichen Familie aufwächst und du da schon gefördert wirst und auch schon immer gesagt hast, ach schau, der Junge, der macht so schön Kaka-Pupu oder so und du von vornherein irgendeine Bestätigung bekommst, dann wächst du da auch immer mehr hinein. Du wirst gefördert, dadurch wirst du besser, aber du stehst auch von Anfang an mehr im Fokus. Und das Gegenteil ist eben der zweite Teil dieses Matthäus-Zitates, wer nicht hat, hat nichts. Wenn man nicht hat, wenn man nicht im Fokus steht, wenn man die Möglichkeiten nicht bekommt, dann kommt man gar nicht dahin, da irgendwie auszubrechen. Ja, das kann man irgendwie auf die ganze Gesellschaft irgendwie auch beziehen. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist ein Thema von Vermögen und von in welchem Land wirst du geboren, in welche Familie wirst du hineingeboren, das ist auf jeden Fall etwas, was allgemein gültig ist, leider Gottes. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du das nochmal so deutlich rausgesucht und erforscht hast für uns zum Thema Frauen in der Forschung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke auch dir für die Forschung an Frauen in der Forschung. Die Recherchearbeit. Übrigens, ich habe jetzt kurz nochmal nachgesehen in der Zwischenzeit, weil ich vorhin gemeint hatte, ich wusste nicht mehr, nach welchem Superstar diese Spinne benannt wurde oder was da jetzt genau nach der Beyoncé benannt wurde. Und ich bin auf eine ganze Liste von Stars gekommen, nach denen irgendwie ein Tierchen benannt wurde. Und ein paar Fun Facts zum Schluss würze ich noch gerne dazu. Nach Angelina Jolie wurde eine Spinne benannt. Nach Johnny Depp wurde ein Gliederfüßler benannt. Der Entdecker sagt, dass die Klauen des Organismus ihn an Depps Kultfigur Edward mit den Scherenhänden erinnerten. Nach Marilyn Monroe wurde ein Trilobit benannt. Es ist ein Fossil, das zu den ausgestorbenen Trilobiten gehört, hat eine sanduhrförmige Glabella, also eine Glatze, die zu seinen Namen führte. Aber nicht wegen der Glatze, sondern wegen der Sanduhrform nehme ich an, weil sie halt so türkig war. Nicht wegen der Glatze. Dann, nach Kate Winslet wurde ein Käfer benannt. Der Entomologe benannte einen Laufkäfer nach der Schauspielerin. Die Ehre gebührt ihr aufgrund ihres Charakters Rose in Titanic, die nicht mit dem Schiff unterging. Also das ist irgendwie ein sehr standhafter Käfer. Oh, nach Steven Spielberg ist wohl ein Flugsaurier benannt. Stimmt das wirklich? Das ist ja Org. Wegen Jurassic Park. Das ist aber wirklich eine Ehre, oder? Ja, voll. Dass ein Flugsaurier nach dir benannt wird. Damn. Das fand ich sehr witzig. Ein Hase wurde nach Hugh Hefner benannt. Das ist irgendwie auch sehr passend. Jetzt ist mal er das Bunny. Genau, dann gibt es eine Wespe, die nach Shakira benannt ist. Das ist eine parasitäre Wespe der Familie Prakinodell, die veranlasst die Wirtsraupe dazu, sich zu verbiegen und ihren Bauch zu drehen, was an die Tanzbewegungen der Sängerin erinnert. Ich kann mir gleich auch was darunter vorstellen. Ja, deswegen wurde die Wespe nach Shakira benannt. Und was ich auch lustig fand ist, Austria's Own Arnold Schwarzenegger ist Namensgeber für einen Käfer. Grund hierfür sind die Bizeps-artigen Beine der männlichen Käfer, was ich irgendwie auch sehr süß finde. Süß. Da habe ich auch sehr grinsen müssen. Ja, es gibt noch vieles Lustiges. Aber meine Beyonce, die ich zuerst geglaubt hatte, nach ihr wurde eine Pferdefliege benannt. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr spannenden Rabbit Hole, in das man mehrere Tage abtauchen kann. Fans und WissenschaftlerInnen mit Humor gibt es nach wie vor. Das ist doch schön. Das hat sich sogar gereimt. Und was sich reimt? Fans und WissenschaftlerInnen mit Humor gibt es nach wie vor. Eine kleine Sache möchte ich noch anfügen. Und zwar ist das ein Lied für unsere Bitches und Queens Playlist. Und zwar werde ich diesmal Genre wechseln. Und weil Maria Sibylla Merien so ein großer Fan von der Metamorphose war, nehme ich diesmal kein Gesangsstück, sondern schwenke auf Klassik um. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viele ZuhörerInnen verstören. Aber ich bin ein Philipp-Glas-Fan und ich muss es tun. Oh nein, da bekommen wir sicher noch viel mehr ZuhörerInnen dazu, wenn wir das jetzt abzulegen. Das ist doch toll. Ja, das ist ein cooles Kompositionswerk und das nennt sich Metamorphosis. Und deswegen landet das diesmal auf unserer Playlist. Cool. Ja, dann können wir überleiten. Ja, dann leiten wir über, Vero. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für diese spannende Folge. Wir erzählen euch jetzt noch kurz, was ihr machen könnt, um uns zu unterstützen und um auch in Zukunft keine einzige Folge zu verpassen und gleich informiert zu werden, wenn was Neues rauskommt. Richtig. Das Wichtigste überhaupt ist, dass ihr euren FreundInnen davon erzählt, vor allem diejenigen, die Podcast-Fans sind, dass ihr uns cool findet. Erzählt es weiter, leitet es weiter, verbreitet die Botschaft, dass es da Vibesbilder gibt, die einen Podcast machen. Das wird gleich ganz religiös bei dir. Verbreitet die Botschaft. Ich leite schon einen in die nächste Folge. Oh ja, schon wieder so ein Cliffhanger. Cliffhanger, ein Spoiler. Und was uns auch sehr, sehr hilft, ist, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl uns folgt oder abonniert und bewertet und liked und die volle Sterneanzahl vergibt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, uns zu erreichen und zwar geht das über E-Mail. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die an uns beide geht und zwar ist das info-at-vibes-bilder-podcast.com. Genau, wir freuen uns über eure Nachrichten, auf eure Nachrichten, über eure Nachrichten und mit euren Nachrichten. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Es gab ja schon einen kleinen Hinweis darauf, in welche Richtung es gehen könnte. Ich freue mich immens. Jetzt könnt ihr drüber nachdenken, zwei Wochen lang und raten. Und bis dahin sagen wir euch, all ihr Bitches und Queens da draußen, lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump! Ich freue mich